Hey Leute, so, wir machen jetzt hier mal einen kleinen Corona-Test und dann fahren wir alle zusammen zu Sina. Es gibt nämlich ein paar Neuigkeiten, also bleibt dran. Musik 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 Ich hab die Toten immer auf dem Tisch. Die hier? Harnlos. 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 Machen wir da rein, die schriftlich. Haben die jetzt meine Adresse und alles? Halt schon Kaffee oder was? Halt schon Kaffee oder was? Juhu, so jetzt. Ich kann einen Highs reißen. Wenn ich den Stick so nehme, kann ich es einmal... So Pedro, was machen wir denn hier? Tja, heute sind wir hier um die Sticks-Übergabe bzw. die Stellenübergabe als Schlagzeuger von BGS von Sina zu Hanno zu zelebrieren. Und hiermit heißen wir halt Hanno Willkommen. Willkommen! I took this ground